Ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Ich bin von Mühe, Gameplay-Sarts-Hobby und begrüße euch in 2K. So, wir haben hier im letzten Teil einen Auftrag entgegen genommen, Samox-Tot. Und da schauen wir jetzt mal nach. So, ich habe schon gesehen, der hier hat auch Zahnräder auf dem Kopf. Also das ist super feiner. Gibt es da unten wieder neue Gold? Hä? Heftsbeziehung. Unterschrift Schumak. Huch. Okay. Das wusste ich gar nicht. Wurdest du nicht über Schumaks Tod informiert? Das war er. Lass jetzt den Ruf der Trauer erklingen, der ihn ins Jenseits führt. Ich kann den nicht anquatschen. Wie ist das passiert? Hat Kshoko den Mord gesehen? Hat Kshoko gestanden? Hm. Hmm. Ich habe den Schraub und den Schraub und den Schraub und den Schraub und die Schraub und die Schraub und die Schraub. Ganz ruhig, Taruka. Sag mir, was passiert ist. Jetzt redet er ganz normal. Vorhin total flehend und jetzt ruhig ruhig. Ich komme wieder, wenn ich noch Fragen habe. Hallo, Kshoko? Ich weiß, das ist schwer, aber du musst mir sagen, was passiert ist. Lass dir Zeit. Fang ganz von vorne an. Du warst also auf dem Markt. Agna? Was passierte, als du heimkommst? Hatte er eine Waffe? Hast du ein lautes Geräusch gehört, als du kamst? Äh, Ma, Tukhahil, Ma. Was war mit Agna? Was war mit Agna? Ich werde mit ihr reden. Jetzt machen wir eine Detektivarbeit hier. Was hast du gefunden, Pakal? So wie ein Pfeil oder ein Messer? Dann hat der Mörder die Waffe mitgenommen. Darf ich mir die Leiche ansehen? Hm. Das ist wenig Blut für eine Stichwunde. Okay. Was war jetzt mit der Notiz, die wir gefunden hatten? Hallo, Agna. Ah, achau. Sasten. Tintuklahele, Tieshunano. Kann ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Denema in Wohel, Mishbali. Mishbikin in Wohel, Wabashti, Mishbal. Lässt sich das Tor öffnen? Leholo. Ich werde einen anderen Weg finden. Natürlich. Wir sind doch so schlau. Können wir mit ihm noch mal reden? Nee. Wir haben doch diese eine Notiz gefunden. Dem muss ja irgendetwas aussagen. Ja. Ich habe Fragen an sie. Was soll das heißen? Wenn du etwas weißt, sag es. Ich bin da in Wohel, Mishbali. Wenn du mir nicht weißt, dann bist du mir schon noch mal. Ichal? Shumaks Geschäftspartner. Waren Sie Freunde? Ich habe mich in Wohel. Wer ist das? Ich bin da. Ich bin da. Danke für die Information. Wie ist das? Mit Tara Qs Wache sprechen. Mit dem hier, oder was? Die Schleifung hat sich in einer Geschäftsbeziehung gefunden, die Iqal ruiniert hätte. Als Agna und Xhoko auf dem Markt waren, betrat Iqal das Haus, er stach Xhumak in dem Gang dahinten und zog die Leiche dorthin, wo der Diener Taruka sie leicht finden konnte. Dann schlug er das innere Tor zu, um Tarukas Aufmerksamkeit zu erregen und floh durch das Gesindezimmer. Neue Ausrüstung heute, effektive Austausch halt länger. Interessant. Bei meiner Freundin wurde sie da oben festgenommen, die Frau. Weil sie die Notiz wahrscheinlich nicht gefunden hatte. Taruka, du bist frei. Manchmal. Mord an Sumak. Na denn, da haben wir doch wieder was gelöst. Jetzt freut er sich. Okay. Tja, das bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes übrig, als die Hauptaufgabe und die eine Nebenaufgabe wieder abzugeben. Das machen wir jetzt noch schnell. Wir bringen jetzt natürlich schnell, reiß erst mal. Was heißt, bring, aber... Dem Puma oder Pamu oder wie auch immer der hier heißt, sagen wir erst mal Bescheid, dass wir jeden befreit haben. Oh. Gar nicht, die sind befreit. Was hat's da vorhin schon gesagt? So, wir haben was Neues. Schaden, Widerstand von Außerhead, Länge an, benötigt die Fähigkeit Herz des Jaguars. Okay. Ach naja, sieht jetzt aber auch... Sieht jetzt aber doof aus. Ach so, ich wollte auch eine Schnellreise machen. Ups, Entschuldigung. So. In der Höhle. Los geht's. Oh, kommt eine angenehme Wärme aus meinem PC raus. Oh, meine Hände sind eiskalt. Oh, mein Hände sind eiskalt. So. Der Kerl ist ja hier oben. So, da haben wir ihn. Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Kolkwi lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Okay. 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 Und noch was. Stiefel. Jetzt haben wir noch einen Nebenauftrag. Natürlich machen wir die Nebenaufgaben immer zuerst. Bohnen-CP-Angriff-Kills. Gewährt Bohnen-CP für nicht lautlose Kills. Okay. Interessant. So, wo ist denn jetzt diese Nebenaufgabe? Sehen wir die hier irgendwo? Da unten. Oh, da können wir doch direkt wieder eine Schnellreise machen. Das geht schneller als normal. Und tschüss, Jonah. Ja, das geht auf jeden Fall schneller als wenn wir jetzt die ganze Zeit hin und her laufen. Ist natürlich auch blöd. Wofür gibt es denn sonst diese ganzen Lager hier in der Welt? Hier gibt es wirklich viele Lager. Wenn man die nicht ausnutzt mit Schnellreise. Am PC würde Laufen schneller gehen, aber... Auf der Playstation wird es mit Laufen schneller gehen, aber hier auf jeden Fall ist es hilfreich, wenn man Schnellreise macht, weil der PC einfach schneller lädt. So, Outfits. Was haben wir hier? Rennen ist leiser. Ne, das brauchen wir nicht. Für nicht lautlose Kills. Oder lautlose Kills. Was machen wir? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Was war das hier nochmal? Achso, Wahrnehmung. Wir machen mal nicht lautlose Kills. Okay. Dann gucken wir nochmal, ob wir hier was machen können, aber ich glaube nicht mit zwei. Doch, hier können wir was, könnten wir was machen. Hier brauchen wir schon wieder drei. Hier gehen auch schon zwei. Sie spannen ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen den aufgeladenen Schüsseln. Nehmen wir das mal. Sehr schön. Wir haben ja einen neuen Bogen und dann geht der Stardust natürlich auch schneller. So, jetzt ist hier nämlich offen. Das war vorher natürlich nicht offen. Und dann gehen wir jetzt hier mal rein. Hier geht's durch. Hier unten hast du sehen aus wie so Kamele mit Höcker. Aber irgendwie niedlich. Und was das hier ist, weiß ich nicht. Mit zwei Gesichtern oder so? Keine Ahnung. Oh, hier haben wir Gold. Man hört den Marktschreier immer noch, ey. Oh, wir sind hier. Also, wie geht's mit Höcker? Wie kommt der Poma hierher? Hau! Oh! 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 Eieieiei! Scheiße! F2 war das! Oh! 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 Bin schon tot! Okay! Das ist natürlich doof gewesen jetzt! Ich glaube mit Nahkampf, das sollte ich lieber lassen! Ja, können wir doch direkt wieder rein! Und wie kommt der Poma jetzt hier rein? Er schickt uns hierher und dann ist er selber hier! Komisch! Wenn ich das richtig verstanden hatte, ob er jetzt wirklich Poma war! Oder war das jemand anderes? Okay! Versuchen wir's noch einmal! Nein! Kalki! 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 Folgas! Tsch! trash mit dem Oh, 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 oh! da war ich nie doch voll volle kanne aus meine güte halten die viel aus das ausdauerzeugnis hilft wohl überhaupt nichts die jungen die jungen die jungen die jungen Jawoll! Meine Güte, ey. Meine Ausdauerpflanzen, die ich da zu mir genommen habe, damit ich mehr Schaden, äh, widerstehe, die bringen ja wohl überhaupt nichts. Gut, das, was ich angezogen habe, das hilft nur gegen Fernkampfsachen. Deswegen haben die Nahkampfsachen wahrscheinlich immer noch so extrem viel abgezogen. So, ich glaube, das war's. War das jetzt Korki oder Puma? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er tot. So, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Zum Glück war das Lager direkt hier da davor, also da, von daher war das Sterben hier nicht so schlimm. Ähm, ja, ich bin von Nöher Gameplay als Hobby und wir haben's geschafft. Zumindest für diesen Teil. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und hinterlasst mir dadurch einen Daumen nach oben. Beziehungsweise, wenn ihr neu bei mir seid, auch ein Abo und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Ja, oder auch beim anderen Netzplay. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und ja, bis denn. Tschüss.